Die Version Komm schon, ich muss doch irgendwas zum heilen haben Okay Oh toll, meine Wiederherstellung hat sich verbessert Mein Traum wird wahr Wow Krass Oh, das war dumm Oh, mein Feld ist danach auch nicht mehr möglich, ja Dann komm auch weiter so Danke, mein Kleiner Einmal Oberzähne Zweimal Oberzähne Und Ja, super Und dreimal Oberzähne, wunderbar Wo ist denn jetzt die Kleine? Hey Kleine, put 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 Na, das geht Oh mein Gott, die riesige Nasenlöcher Ich hätte es ja selbst getan, aber offensichtlich gehört sich das für eine Dame nicht Pah Lasst uns zu meinem Vater zurückkehren Bitte! Nun macht schon Bei Fuß Macht er irgendwie ein Power Walk oder will ich mehr sein? Wo bleibt die jetzt? Ich bringe dabei La da da Jo Da kann ich ja mal kurz wieder ein bisschen alchemieren Alchemieren Wie ist das denn? La 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 Oh 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 Ich dachte ich schon, es kommt irgendwie so ein Fiend daher, weil ich kenne das ja Du bist ja hier Oh, da Es freut einen sehr auf Ihr habt meine beschwerte Tochter gefunden Ich werde Bootsgrokasch von euren teuren Abenden berichten Nehmt dies Es ist ein Was haben wir jetzt bekommen? In Fort wir schon sehr bald Ein Ruckdoms Schwert Ruckdoms Schwert ist ein Zweihänder mit absolut menor gewandeltem Stille Mit... Gerade mal 15 Angriff, also... Kann man auf jeden Fall verkaufen Wahrhaft Wahrhaft ist unnütz Jetzt haben wir es anwesend gefunden, das ist natürlich klar Und verpüssen wir uns mal wieder zum Osttor Um dann unsere Belohnung, also wirkliche Belohnung, von der Kämpfergilde in Empfang zu nehmen Habt ihr meine Münze? Kannst du mal die Fresse halten, mein Freund? Aber habt ihr die riesigen Nadelöcher von der Orkin gesehen? Wow! Da hätte man ja Juwelen drin verstecken können und nicht irgendwelche kleinen 0,2-Karetigen, sondern so richtig 50 oder 1000-Karetige Die wären ja drin nicht aufgefallen Nein! Die wären nicht aufgefallen Na gut, Gokasch, was geht ab? Ihr müsst Fürstin Rock Hab ich doch Ihr habt sie heil zurückgebracht Gute Arbeit! Ich mochte dieses Mädchen schon immer Ich sollte mal nach ihr sehen Hier! Ich habe noch etwas für euch, Freundchen Ich denke, ihr könnt das erledigen Ich brauche euch, um etwas über die Verschwunden bei Harlunds Wacht herauszufinden Nein! 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 In Harlunds Wacht werden ein paar Leute vermisst Wir sollen herausfinden, was passiert ist Sprecht mit Rarana Telich über die Einzelheiten Nein! Nicht Der Quest Nein! Das ist nicht wahr! Ich dachte, er kommt erst später Oh, so eine Scheiße Mist! Da denke ich jetzt wahrscheinlich Was hat der Verrückte so? Das, meine Freunde, ist ein Quest Bei dem man sich denkt What the fuck Wieso ist der so schwer? Ich will nicht schleichen, mein Gott Das ist echt so ein Quest, wo man sich denkt Nein! Wie ihr gerade schon gehört habt Weil ich Nein! Nerven habe Weil es ein Quest ist, wo man einfach Nein! schreien sollte weil es einfach ein Scheiß-Letter ist So Bam, 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 3 Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, kam mal zwei kaputt, das ist sehr schön Jetzt alchemieren wir noch ein bisschen Aschenreste und-aschenreste ergeben Aschenreste, super Dedravenien und Dedravenien ergibt Dedravenien, ja, super Erstarte Vollnis, plus gar nichts Dedrofzahn, plus veredelte Frostsalze ergibt Trank Wunderbar Glühstaub, plus gar nichts Super Ramedaya, plus gar nichts Ja, noch besser Ja, gute Hasenpfote plus nichts Gutes Rauenwülsklings und Minotauchenhorn Ach gut, da hat die schon Ja, super Knöbluch und Trollfäzen Wunderbar Ähm, Knauzrinde Ja, natürlich mal wieder nichts Lavendel Wieso kann ich nichts mit einem Lavendel kombinieren? Mutterkraut Oh Aber ich will doch irgendwas mit Lavendel Lernwurzel Braucht die keinen Schwein Ura-Zähne, kann ich mit? Naja, natürlich Super, dass ich die mitgenommen habe Zahlwurzel Oh, super Gesalze Abgründe Ja, noch besser Und Trollfäb haben wir ja schon gehabt Nichts Tja Das ist so Ich will immer Ich will immer Ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut Ich denke, oh Gott Ich habe da keinen Bock drauf Habe Meine Fresse Gimmi Gimmi Hallo Wurzelbrei Das war 1 1 1 1 Mann Du dreckiger Drecksfelsen Das ist doch Nichts Wahr Mein Gott Hätten die den Quest nicht für den Schluss aufheben können, so ungefähr Dreckiger Baum Ja, Falle, ich fälle dich Ja, cool Wenn man Bäume so fällen könnte Hm Naja Schade, dass man sich extra Mod runterladen müsste Für Drachen Dass man auf die Drachen reiten kann Das finde ich ein bisschen lame Genauso wie wenn man sich totale Mega-Imba-Waffen macht Und dann auf Schwerstellen dann sagen kann Haha, ich spiele auf schwer Obwohl ich Voll die Imba-Waffen habe Was wollt Ihr solltet Wir brauchen Hallo Ihr seid von der Kämpfergilde, nehme ich an Gut, dass ihr hier seid Wir brauchen eure Hilfe Mehrere Leute sind verschollen Aha Sehr schön Man hört, dass einige seltsame Lichter in der Nähe der alten, sumpfigen Höhe gesehen wurden Wir haben ein paar Männer dorthin geschickt Aber sie seitdem nicht mehr gesehen Wir brauchen Hilfe Ich brauche auch Hilfe Seltsame Lichter Vor ein paar Nächten sind sie das erste Mal aufgetaucht Komische, flackernde Lichter Okay Seid vorsichtig Ich warte hier jetzt nochmal 24 Stunden Weil ich meine ganzen Beschwerungen brauche Sonst hätte ich da wahrscheinlich nicht durch Ausgutte vergessen Nein Denn jetzt Ihr wisst auch noch diese Irrlichter Da, die wir gesehen haben Wo ich so fast übelst abgekackt bin Ja Jetzt dürft ihr euch mal vorstellen Wie es ist Wenn dann gleich mehr Und hinterher Es war schrecklich Bekommen wir noch so eine so drepatrickige Trolle Oh Gott Okay Wir schaffen das, Leute Oh Gott Ja, weil nämlich die Lichter locken die Leute hin Und da sind dann Trolle und die Momfen dann weg Super, oder? Oh Gott Oh Gott Ich empfehle euch jetzt mal ganz dämlich Man sollte sie einzeln pullen So, Funke Ich bin tot Scheint, dass ich bin seltsam leuchten, dass die Leute um ihr Lichter zu handeln Und es gibt auch in einer der innerlei Spune verschwundene Städte Die Lichter waren allerdings alle um eine Höhle berührt Ich sollte diese näher untersuchen Oh Gott Weckt mich Schaut euch das mal an Wisst ihr was? Da Nimm mir den hier vorliegen Los Attacke Mach sie fertig Ich mach sie fertig Mein Fleisch Atronach Los Go, go, go Willow the Wisp Erinnere mich an Plasma Das war gerade mal das Erste Ich bin so gut wie tot Ich musste jetzt mit einem Flaschen Rücken beschwören dafür Komm schon, mach sie fertig Du kannst das Los, mach sie fertig Ja, ja, ja Weiter, weiter, weiter Weiter Okay, jetzt zweites Aufdown Wunderbar Jetzt noch das Dritte Los, haut auf, Mann Oh Gott Schneller Los Also wir machen schon Schaden Das ist ja außer Frage Aber Die machen einfach Zu Fischern Im Vergleich Was wir machen Oh Gott Das war ein Kampf Willow the Wisp Ihr droppt gerade mal ein bisschen Blümstaub Und war teherter als das Was mich da jetzt in der Höhle erwarten wird So Wir werden wieder mal unseren Ermunden einen Zauber aus Und warten eine Stunde Ihr könnt nicht warten Feinde näher sind Ihr könnt immer noch nicht warten Oh, da ist ein Nernwurz Den nehmen wir doch einfach Ach, warte mal Oh, da ist eine Höhle Die muss ich mir gleich mal ansehen Oh mein Gott Oh mein Gott Willow the Wisp Eigentlich weiß ich wie der illig da war Ist ja egal Eine Stunde Danke Okay Es ist nichts Schlaues Da rein zu gehen Das weiß ich Aber ich muss es tun Okay, Leute Wir schaffen das Es sind nur ein paar Dreckige Scheiß-Trolle Erstmal nach links Oh Gott Mehr Ich entschuldige mich Sorry Das war der erste Und da kommen jetzt noch einige Ja Ähm Wir müssen was mitnehmen Oh, danke Geld